So, jetzt habe ich nochmal den Boarding Pass gedruckt. Wäre nicht nötig. Ich habe ihn ja als Barcode auch im Handy. Und zwar natürlich als Screenshot sicherheitshalber, falls die Internetverbindung in dem Moment gerade nicht funktioniert, wo ich dann den Boarding Pass vorzeigen soll. Und ja, der Bereich D, der befindet sich hier. Das ist natürlich uninteressant, weil ich ja keinen Koffer aufgeben will. Jetzt ist immer die spannende Frage für mich. Wo ist denn jetzt die Sicherheitskontrolle? Da muss ich doch hin. Portas del Borca. Ah, okay. Mit der nötigen Ruhe sieht man auch die großen Schilder. Boarding Gates. Versteht zwar nicht ganz, wieso da EF steht, aber nein. Ja.